3 auch gleich drei Kiel mit einem C4 das ist schon auch nicht schlecht also hier verteidigen Jungs gell das ja ich habe gerade Panzerkill gemacht ich habe gerade einen Typen der ausgeschlagen ist und auch der da drin war ja da unten rennt auch einiges rum ich gehe es gleich zu dem Beschützturm wenn ich nicht schon ja ich guck dass ich überlebe und dann bleibe ich hier stehen also Jungs hier zu mir kommen gell hier ist Prozent bisschen Arbeit angesagt ja mann immer diese mit der Scheiß Schrotflinte ich glaube ich bin ich bin ein bisschen Waffe als er hat es nicht das Spiel ist extrem weitläufig sage ich jetzt mal manchmal leider aber das wenn wenn ein paar Leute darauf er wird auch wieder nicht so dramatisch aber ja da da ich hier auch so volle Reserven weißt du willst du einfach mehr Spaß machen obwohl du da öfter spielst ja aber du brauchst ja ein bisschen so wie manche finden ihn da doof weil ziemlich viel los ist also immer so zu sterben aber ich finde es einfach das macht das Spiel eigentlich spielt eigentlich aus dass man stirbt natürlich das gehört dazu dass dafür spielen wir das Spiel ja wenn man nur überleben tät und super spielen tät wäre es ja langweilig finde ich natürlich bin ich auch glücklich wenn ich die anderen ins Nirwana schicke aber die mich ins Nirwana händler gut gespielt sag ich mal wenn meine Jugendliche leicht sind aber jetzt kriege ich auf die Schnauze haben sie gut gespielt ja die sind hier ziemlich stark vertreten das wird das Problem sein ja ja sehr stark vertreten ich sehe euch gar nicht wo ihr rumrennt weil ich gerade noch tot bin ich musste gerade meine Tonaufnahme absprechen also ihr seid beide tot darum sehe ich euch nicht vorgleich der Rechner oder irgendwas abschmiert und dann meine Tonaufnahme weg ist das ist mir nämlich einmal passiert zum Glück hat raps die aber wohl wieder irgendwie hergestellt quatsch oder city ja ja das ist gut das stürzt hat zwar manchmal aber du kannst du dann wenn sie wieder startet fragt du dich ob sie wieder herstellen willst das ist das gute das stimmt auch das city ist sehr benutzerfreundlich sage ich mal aber das wegfall ein wenig ja ein bisschen viel los jetzt auf einmal ja ich bin schon wieder drin also heute wird es eine sehr schlechte Runde meine Freunde das ist nicht gut also ich glaube wir müssen von weiter hinten kommen weil da braucht ihr nicht wieder spawnen zieht euch zurück auf die auf die crown jetzt zu viel los ja da hast du keine Chance da gehst du nur drauf geht zwar jetzt auch wieder vorwärts aber ich bleib sicher im Abstand also da sind wir haben ja wieder einiges geändert also von der die Verstärkerstation haben jetzt allein ein einheitlicheres Muster und die wurden ja ein bisschen umgebaut wenn euch das aufgefallen ist ja ist mir aufgefallen ich bin unten direkt total überfordert gewesen damit aber ich finde es jetzt so besser du hast jetzt ein bisschen bessere Chancen und so und mal was Neues ja schon aber ich fand es auch ein bisschen schwierig ja das macht es jetzt wieder interessanter auf ihn da zu spielen die anderen haben das schon ich weiß gar nicht woher es das übernommen hat auch klar von Isamir hatten die das aussehen schon von vorher wo sie jetzt angepasst haben oh oh nein geh weg aber nicht verfolgen nein oh man da rennt grad einer da berg hoch und ich komme runter und der tötet mich verdammt warum das macht keinen Spaß heute also ich komme schon hoch also nix hier rennt einer rum ja und ich stürze gerade ab nicht bist du äh die ich ich bin auch gerade leichte Angriffseinheit am Flash gerade unterwegs ja ich sehe dich rumfahren ich komme mal zu dir nimm mich mit aber die kommen gerade berg hoch und dem her du kannst mich mal da hinloh putzen ja da wo der Truppenwegpunkt ist da hinfahren wo fährt man am besten da ja jetzt rechts der Berg runter also da ja rechts rechts ja da war da durch irgendwie ich sehe ja nix ich bin ja hinterher ich kann nur noch hinten ja genau da runter oh sieht schon geil aus ja in der Aufnahme macht sich das gut so jetzt sind wir unten ja das ist der Skill gewesen jetzt das war alles klar ja aber das sah in der Aufnahme hat sie es jetzt richtig gut gemacht ja so ich steig mal aus würde ich da auch ran und nehm ich da unten ist ein feindlicher äh Panzer Panzer der Panzer ja ja bisschen vorgefallen ich wollte mir den mal angucken achso ja er hat zurückgeguckt oder ne das ist noch alle zu weit weg oh und ich schieße wieder wie wenn das Spiel eine Weile nicht mehr gespielt hast ist es doof ja ich hätte auch nicht ja bleib stehen bleib stehen bleib stehen ja Headshot von hinten in den Kopf ja klassisches ja er hat die komplette Panzerameter unten auf mich abgefeuert hehehe ja der war so schön mit dem Rücken zu mir gestanden hat er ein schöner header gekriegt ja hier gerade ne da schleicht sich auch einer in der Gegend rum juhu level 97 an oder oder sind ganz viele Boote was man es macht überhaupt keinen spaß auf Panzer oder sowas hat überhaupt keinen sinn hehehe Miene hmmm oh hinter dir sind wir jetzt bei weg sein halt noch passiert dann ist die tot und jetzt ich tot ooooh aah aber ich hab noch ein paar mitgenommen also ich bin nicht das Einzige gestorben mein Gott noch mal ey so 3 Minuten da haben wir die halbe Stunde wir haben ja noch ein paar Minütchen aber ich glaube wir müssen jetzt die Krone verteidigen also Angriff ist jetzt abgeschmettert und sie haben schon 10 eingenommen C eingenommen und bei B sind sie auch schon Max und Schätz-Inji ja alles was jetzt spawning und direkt bin ich wieder tot weil mich ein Thunder überfährt oh sag mal oh dies ist aber auch schnell wenn ich noch lange genug spiele dann schaffe ich heute noch bevor ich 10 Kills machen die 100 Tore ja das wird schon das ist aber jedes das das bin ich schon gewohnt das ist jedes Mal eigentlich so wenn erst mal nicht gut läuft oder so ja dann werde ich auch noch andauernd von irgendwelchen Leuten überfahren das könnte nun ja gut ist das ist auch blöd manchmal dass sie einfach nicht aufpassen wo sie hinfahren oder einfach durchrad ragen und dann keine 15 Meter weiter sind sie dann Prozent durch eine Mine oder C4 in die Luft gesprengt worden pass auf da kommt jetzt ganz viele andere und da sind ganz viele andere hinter mir du bist doch gerade äh so schön ja da rät einer der Berg hoch da ist er da weg ist er da weg ist er ne ne schwere Angriffe Einheit war das ich setz mal äh ich setz nicht ob du eine Standard Sniper noch hast ne ne ich hab die EM4 mit dem zwölffachen Zoom hat auch zusammen also das das Gewehr 1000 gekostet und das Zoom hat 50 glaube ich gekostet oder 30 30 oder 50 bin mir jetzt nicht ganz sicher also B ist verloren Gucken dass wir da wieder hinkommen Max Einheit steht da unten was mir auch sehr oft passiert ist äh dann habe ich jemanden mal passend im Ziel genau dann läuft äh vor die Boss Rohr ein Verbündeter ne bei mir ist das so dann stehen die Minuten lang alles still und dann wenn ich sie im Ziel habe dann bewegen sie sich da hat einer mal im Forum einen geilen Post gebracht das der Wackel äh der der Raster Wackel Hack oder so irgendwas dass dass die sich immer bewegen müssen wenn man sie genau im Visier hat das ist ein Cheatisch das Sniper wirklich ab der hat nur noch rotes Leben ne der Dant Schiefer so nacka